Hi, wir sind Compact Space, hier in Hamburg angekommen, gut angekommen, kurzer Flug, kurzer Schlaf, aber alles wunderbar. Viel Spaß! Also Compact Space, das war keine geplante Sache, das ist passiert. Irgendwie so, dass das, Christian und ich kennen einander jetzt schon über ein Jahrzehnt, also ich denke, das sind jetzt fast so 15 Jahre oder so und haben immer wieder irrsinnig viele Sachen zusammen gemacht. Und um das in der Kurzfassung zu machen, der Christian hat dann den Daryl, seinen Manager, dazu gebracht, er hat gesehen oder gelesen, dass er einfach irrsinnig tolle Lyrics schreibt und hat ihn mit ins Boot geholt. Und dann haben wir angefangen, Songs zu schreiben, meistens Publishing-Songs, auch Songs für andere. Und dann kam plötzlich Push-Push daher und da wussten wir, dass wir das nicht für andere schreiben wollen oder geschrieben haben, sondern dass wir es für uns geschrieben haben. Und deswegen, da von dem Zeitpunkt an gab es dann die Band. Wir beginnen langsam über das zweite Album nachzudenken. Wir werden das, so wie es aussieht, heuer noch schreiben und aufnehmen und es wird eine relativ schnelle Momentaufnahme werden. Was auch damit zu tun hat, dass wir eigentlich uns dachten, wir würden gerne live spielen, aber man sollte nie den Fehler machen, nach dem ersten Album live zu spielen, weil einige der Songs nicht dafür geeignet sind, was passiert. Und du hast zu wenig gute Songs, um eine wirklich gute Live-Show zu machen. Das heißt, zweites Album machen und dann mit den besten Songs aus dem ersten und zweiten eine Tour zu machen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sind keine elektronische Band. Genau, das wurden wir noch nie gefragt. Seid ihr keine elektronische Band, wurden wir noch nie gefragt. Das wäre eine super Frage. Seid ihr keine elektronische Band, würde ich absolut mit Ja beantworten. Für junge Leute, die Musik machen, was soll man sagen? Einfach nicht aufhören. Was ich wahnsinnig wichtig finde, ist, dass man relativ früh darauf schaut, dass man sich ein gutes Team schafft, auch ein gutes Rundherum, weil dann kann man sich wirklich auf das konzentrieren, was man kann und muss sich nicht irgendwie zerreißen, um alles irgendwie in einer Eigeninitiative zu checken. Weil das zerrt dann, glaube ich, am meisten, wenn man sich um alles kümmern muss. Also ein gutes Team ist wahnsinnig wichtig. Das kann einem nämlich auch ziemlich viel abnehmen. Wie stellen wir uns die Zukunft vor? Ich kann darauf wahnsinnig schwer antworten, weil ich mein Möglichstes tue, im Hier und im Jetzt zu leben. Ich glaube, gar nicht so futuristisch, wie sich alle die Zukunft vorstellen. Alle stellen sich die Zukunft so wahnsinnig futuristisch vor. Ich glaube, dass es sehr viele Dinge gibt, die sehr schnell wieder zu den Roads zurückgehen werden. Da werden wir uns alle noch ziemlich wundern, wenn wir so lange leben und das zu erleben. Aber ich glaube gar nicht, dass das so arg geht. Da spielen ein paar Leute mit ein paar Sachen, die sie da in irgendwelchen Designersachen machen. Es wird vielleicht immer mehr Basic oder es wird zurückgehen zur Basis. Genau. Und zwar in allen Dingen. In der Mode, in der Musik. Ich finde, dass... Menschen miteinander umgehen zum Beispiel. Das hoffentlich wird sehr Basic werden. Also Umgangsformen halt so, wie sie sind, wie man sie früher gelernt hat. Gibt es auch immer weniger. Futuristische Umgangsformen sind ja eigentlich gar keine mehr. Warum? Was warriksistisch? Also ungeingen at 하는 elegance des Blustes. Gib mir ein Baby! Bis zum Beispiel! Bis zum Beispiel! Bis zum Beispiel!